guten tag o leute ich bin hier in dortmund und bewegt mich jetzt richtung motorradmesse ich werde euch da mal ein bisschen zeigen was da so abgeht mal schauen ist auf jeden fall schon richtig richtig voll auf dem platz wir sehen uns dann gleich wenn man endlich angekommen ich bin mal gespannt vielleicht treffe ich ja irgendjemand so 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 Wie kommt er denn von unserem Wohnzimmer hier hin? Wie schön! Ja, es ist gut! 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 Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, ich komme jetzt auch langsam zum Ende. Zum Abschluss filme ich nochmal hier so eine kleine Motorradfahrshow, irgendwo zum Instan-Show. Und dann sind wir auch durch. So viel habe ich jetzt gar nicht filmen können, aber es ist schon einiges dabei. Und das habt ihr ja gesehen. Und ich sage schon mal bis zum nächsten Video und viel Spaß. Und jetzt ist es, ich glaube, ich kann Though. Und ich komme auch mal richtig glatt für ihn. Come on! Here we go! Come on! Absolut! Absolut! Ah, Jonsson! Number one! Samuel Smukarin! Erfurt! 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 Samuel Smukarin! Erfurt! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.